Am Abend ist Gelegenheit, auf den Tag und seine Ereignisse zurückzuschauen. Das Abendgebet ist eine Möglichkeit, für alles zu danken, was einem Menschen an diesem Tag an Gutes widerfahren ist. Es bietet auch Raum für bittere Enttäuschung, ebenso für den Wunsch nach Vergebung für das, was jemand versäumt hat und woran er schuldig geworden ist. Das ist ein Beispiel eines Gebet am Abend. Lieber Gott, nun schlaf ich ein, schick mir den Engel dein, dass er trollig bei mir wacht durch die ganze lange Nacht. Schütze alle, die ich lieb, alles Böse mir vergib. Kommt der helle Morgenschein, lass mich wieder fröhlich sein. Was schön war heute, kam von dir. Was Unrecht war, vergib es mir. Lass mich beide geboren sein. In deinen Frieden schlaf ich ein.